Herzlich willkommen auf dem Prospect der Angebote der Kanal. Heute werden wir uns die Produkte im Katalog von Norma Market vom 11. bis 15. April ansehen. Der Katalog enthält viele verschiedene Produktgruppen. In der Küchenabteilung finden Sie hochwertige Pfannen, Töpfe und andere Kuschutensilien. Es gibt auch verschiedene Größen von Aufbewahrungsbehältern, Küchenroboter und andere Küchenutensilien. Darüber hinaus finden Sie in diesem Teil des Katalogs frisches Obst und Gemüse von verschiedenen Marken. Neben frischem Obst und Gemüse gibt es auch grundlegende Lebensmittelprodukte wie Milch, Joghurt, Käse, Fleisch, Fisch und andere Proteinquellen. Darüber hinaus gibt es auch süße und salzige Snacks, Fertiggerichte und Getränke. In diesem Katalog gibt es also eine breite Palette an Lebensmittelprodukten, die jedem Geschmack gerecht werden. Im Abschnitt für Haushaltsreinigungsprodukte finden Sie Reiniger, Tücher und Bürsten für verschiedene Oberflächen. Neben Handtüchern für das Badezimmer gibt es auch Badezimmermatten und andere Badezimmeraccessoires. Außerdem gibt es auch Seifenhalter und andere grundlegende Pflegeprodukte für das Badezimmer. Im Bereich Baumaterialien und Werkzeuge finden Sie Werkzeuge wie Hammer in verschiedenen Größen, Bohrer und Klebstoffe. Für den Garten gibt es Rasenmäher, Schläuche und andere Gartengeräte. Schließlich ist die Abteilung für Blumen und Samen ein Paradies für Garten- und Pflanzenliebhaber. Es gibt verschiedene farbige Blumen- und Gartendekorationen sowie Samen für verschiedene Gemüse und Pflanzen. Der Katalog von Norma Market vom 11. bis 15. April ist voll von vielen Produkten, die die Bedürfnisse jedes Einzelnen erfüllen. Ich hoffe, dass dieses Video für Sie nützlich war. Viel Spaß beim Einkaufen! Wenn Sie keine unserer kommenden Videos verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion. Außerdem würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie das Video mit einem Daumen nach oben bewerten und einen Kommentar hinterlassen würden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir freuen uns darauf, Sie bald wieder auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!